Ich heiße nun Nikvei. Meine Urgroßeltern bzw. meine Großeltern, vermütterlicherseits, die kommen aus Banu und aus Malatia. Und ich bin in Istanbul geboren und aufgewachsen. Westarmenien ist unsere Heimat. Wir haben heute eine große Herausforderung. Ich bin in Istanbul. Wir sind in Istanbul. Ich bin in Istanbul. Ich bin in Istanbul. Hallo, mein Name ist Arleth Avadyan. Ich bin eine deutsche gebürtige Armenierin, meine Vorfahren kommen aus der heutigen Türkei, damalige West-Armenien. West-Armenien ist unsere Heimat. Ich bin des Meine Damen und Herren, ich bin der Wachstum. Ich bin der Wachstum, der in die Polizei. Wir sind der Wachstum, der in die Polizei. Ich bin der Wachstum und der Wachstum in die Polizei. Ich heiße Lucin Hegelian. Ich bin 16 Jahre alt und lebe in der dritten Generation in Deutschland. Meine Urgroßeltern stammen väterlicherseits aus Wacke und mütterlicherseits aus Ordo, also das ehemalige Westarmenien, die heutige Türkei. Westarmenien ist unsere Heimat. Und das ist unsere Heimat.